war das unser signal ja wir sind das mein erstes live stream ich habe überhaupt keine ahnung was hier los ja ich bin auch ich bin auch total verwirrt also wir alle sind ja künstlerinnen und künstler und künstler unterstrich innen die auch irgendwie auf live publikum angewiesen sind aber das können sie jetzt live im internet vielleicht begrüßen wir erst mal unsere gäste was genau herzlich willkommen liebe leute an den internet fähigen geräten wir senden live aus dem fest der kreuzberg in treptow genau ist der zweite abend des sommerfest der linken meine damen und herren und wir beide dürfen sie auf das herzlichste begrüßen zu diesem event für die personen also nicht viele freunde von dir haben ja internet deswegen stellen wir uns vielleicht selber auch vor meine damen und herren zu meiner rechten hier ist die wunderbar wir stellen uns selber vor dass mein name ist inge pau wie sie sehen können und diese junge dame wurde live aus dem schönes werk her geholt die einzige negativ getestete person auf corona fleischfachverkäuferin mit zwei brustfilets hier im oberen bereich thorax heißt es also herzlich willkommen liebe leute live zum sommerfest der linken ja wie schon es lacht niemand ja das liegt daran dass kein publikum da ist aber es gibt ja hier so ein paar putzkräfte die könnten wenigstens lachen oder so damit es sich so ein bisschen authentischer anfühlt oder also weiß ich meine wir beide haben ja schon so manchen hinterhof lehrtravestiert allerdings insofern sind wir das gewöhnt also ist ja so ein anblick wie in der katholischen kirche in mannheim nachmittags um vier sozusagen ist ein bisschen dunkel und qualm aber die künstler und künstlerinnen und es sind derer zwei im wesentlichen die wir heute für sie an moderieren dürfen die sind nun wirklich an ausverkaufte häuser gewöhnt allerdings ja und kommen wir doch vielleicht einfach gleich zum ersten künstler des heutigen alben reden wir noch viel mehr um kopf und fragen kommen wir zum ersten künstler des heutigen abends er ist ein gefeierter star der der komiker bühnen land auf land ab meine damen und herren er wird auch genannt in münchen auch in münchen tritt er auch sogar auf da reden wir hinterher wir dürfen noch ein kleines interview führen am ende meine damen und herren er ist der prang der herzen habe ich gelesen zum beispiel gerne auch der bühnenhumorist genannt ansonsten ist er trocken genau die berufsbezeichnung ist offiziell bühnenhumorist tatsächlich das erzählt auch schon ganz viel über sein schaffen und wirken er ist buchautor er hat eine sehr sehr erfolgreiche und zu recht erfolgreiche comics serie veröffentlicht und zwar von 1997 bis 2015 in der city gott habe sie selig ist ja verstorben auch jüngst natürlich eventuell mit oder an corona ist noch nicht raus also hat wunderbare comics die ärzte haben ich glaube gestern oder wann war das vorgestern vorgestern haben die ärzte live im so 36 also farin urlaub und bela b felsenheimer aus didi und stulle comics für sie vorgelesen meine damen und herren aus sicht der ärzte ist er übrigens der lustige lustigste mensch des universums dazu muss man natürlich sagen dass die ärzte uns beide nicht kennen so aber das nur leben wir sind ja auch keine menschen meine damen und herren begrüßen sie nein sie müssen ja nicht klatschen weil wir es nicht hören aber freuen sie sich einfach vor den bildschirmen kippen sie schnäpse rein denn hier ist der wunderbare einzigartige viel ein bisschen trocken alles oh es hat sich verhakelt danke danke meine lieben freunde zu hause eingekuschelt in den sofa kissen wir wollen gar nicht so tun als wäre das live oder es hätte ich mühe jetzt mit diesem streaming es ist ja ein streaming ist ja kein podcast das gibt es ja auch aber es ist ja ein stream und ein stream ist ja für menschen wie mich die aus den 80er jahren kommen ich komme aus der vergangenheit ist ja im grunde ich erkläre mir das so dass es einfach ein film ist sowie eine live übertragung natürlich noch irgendwie anders und aus der neuzeit aber ich denke wenn man jetzt eine stunde die ich habe wenn ich jetzt darüber reden würde wie unangenehm das mir ist und wie schlimm in eine kamera zu schauen würde euch das verwirren weil es auf euch wahrscheinlich mega professionell und easy wirkt weil ihr das kennt ihr schweinebacken ihr habt ja jetzt schon monate corona ferien und wahrscheinlich einige denken lass doch so alter was soll's und seid gewohnt zu hause freut euch zu hause ich mensch bin doch auch so sitzt doch in meiner freizeit auch zu hause bei youtube na sicher na aber klar na da sind doch wir populären menschen nicht besser ich sitze da und ich fasse mir rein ich gucke mir das an und youtube der dienstbare geist ja ich gucke mir dann irgendwelche filme meiner kindheit an so und dann kommt youtube und hat dann noch so einen ähnlichen film und ich denke herr das passt ja voll gut und meister ich dachte ich hatte noch das im archiv und ich denke na klar dann gucke ich das auch und was erzähle ich euch von die wissen das netflix wäre noch zu erwähnen ja gab es und diese ganzen crazy sachen ja internet darknet gibt es ja auch pornos wir wissen doch wovon wir reden wir sind doch keine neulinge des internets wie weiß ich gar nicht wer das ist keiner das wäre ein absurder mensch ja freunde so ist es und ich möchte beginnen mit einem cloud rap ich bin freund dieser musikrichtung ich höre das also ich höre das jetzt nicht bewusst aber ich höre das weil vor meinem fenster zehnjährige mit ihren kleinen teilen da die sie jetzt haben diese komischen bettwürste die klingen und singen mit dem hohen bassanteil da laufen sie umher und dann höre ich diesen cloud rap und ich denke das ist halt jetzt so also genau wie stream das ist die neue normalität und ich bin doch nicht so reich wie helge schneider dass ich sagen kann ich mache da nicht mit nein ich will auch aus der neuen normalität möchte ich auch platzieren und eine relevanz mehr arbeiten meine liebe freunde und wenn es stream ist dann ist es im stream und ich denke das läuft gut bisher und ich merke gerade ich rede und werde durch kein lachen unterbrochen was irgendwie ich sehe darin auch eine chance gerade jetzt weil als komiker ich lege das mal kurz weg als komiker hast du ja diese dieses ding ich weiß nicht ihr seid vermutlich nicht vom fach ich kenne euch nicht ja ich schaue ja wirklich in eine kamera aber vergesst es freunde die ihr da sitzt und das streamt ja oder podcastet oder weiß ich nicht twittert ich habe keine ahnung welches medium ihr verwendet darum soll es mal nicht gehen seid mal jetzt nicht so medien fixiert achtet mal auf den inhalt auf das was hier kommt vom herzen freunde vom herzen hier der sitzt ich weiß wie fing der satz an auf jeden fall was ich sagen will ist als komiker will man ja den gag man man jagt den gag hinterher und man steht auf der bühne man arbeitet sehr viel auch sage ich mal jetzt das ist jetzt vielleicht ich werde jetzt auch nicht so viele tricks verraten und den kollegen dadurch schaden aber man arbeitet auch intuitiv also wenn zum beispiel man sich so ein gag überlegt hat ich hatte mir mal den gag überlegt mein opa hat seit 80 jahren keinen job mehr ist kz-mechaniker und darüber hat sehr oft keiner gelacht also ich glaube ich habe das 20 mal gemacht und 20 mal haben die leute nicht gelacht und dann habe ich den witz nicht mehr gemacht das ist dieser verfluchte instinkt der komiker dass du halt der komik hinterher jagst das haben wir heute abend nicht ich könnte den jetzt noch mal erzählen und ihr könntet nichts dagegen tun aber mache ich nicht ich finde es spannend ich finde es spannend dass wir hier streamen und ich freue mich auch dass ich in eurer neuen normalität als älterer mensch mit streamen darf und was streamen wir denn als nächstes dann also das ist jetzt also meldet euch wenn ihr bock habt also ich streame auch geburtstage oder wenn ihr ein möbelhaus habt oder so ich wäre jetzt zu vielen bereit diese krise diese pandemie hat mich irgendwie von meinem hohen ross heruntergeholt wo ich nicht wusste dass ich darauf bin und mir so eine gewisse verzweiflung jetzt mitgegeben die finde ich mir gut steht und mich ein bisschen jünger macht ein bisschen hungriger aber letztlich bin ich schon alt das möchte ich auch frei heraus sagen also ich bin ich bin sehr alt ich finde es schade also ich merke wie einige sich ich spüre das ich spüre das wie einige sich jetzt schon abwenden und denken scheiße ist alt und ich wünsche ich werde ich halt also ich bin ja nicht absichtlich alt ich bin jetzt nicht alt welchen arschloch bin oder ich gedacht habe das will ich machen alt sein so wie ich werde mal bulle ich werde mal alt das habe ich nicht geplant ist aber eben doch passiert beklopterweise und ich kann euch nur raten versucht es zu vermeiden oder versucht es raus zu zögern das alter ist die hölle es ist gerade im alter jetzt noch so eine existenz bedrohung dass du denkst jetzt muss ich stream und oder podcasten würde ich auch machen soll ich also ich kann diese ganzen sachen machen ja das ist nicht schön und das schreckliche am alter ist dass das so plötzlich kommt ja jetzt bist gerade bist du noch jung auf einmal bist du alt das geht nicht gleitend du bist alt und das krass ist auch ich bin 53 ist alt ist alt ja 40 ist schon alt 50 ist crazy brain springen alt 53 was sind hier für mim seht ihr das auch ist das witzig guck mal die milbe jetzt keine menschen sind da aber so eine milbe so eine freundliche milbe die guckt sich das an unsere veranstaltung die tiere sind durch corona natürlich jetzt auch sehr aktiv und sehr agil seht ihr die wenn nicht wer scheiße guck mal da ist das nicht witzig die natur holt sich ihre welt zurück klasse wobei ich habe letztens so zwei feuerwanzen gesehen wo ich dachte die spinnen auch aber darum soll es jetzt nicht gehen was ich sagen möchte normalerweise wäre das aber was ich sagen möchte ist ich bin 53 ich bin alt ich weiß gar nicht wie wir darauf gekommen sind warum ich das erzähle es soll keine entschuldigung sein oder keine begründung von irgendwas ja aber 53 ist zwar alt aber du kannst ja durch das wunder der medizin und wenn es keine zweite welle oder grüne wolke oder sonst was gibt kannst du ja original noch 40 jahre leben das heißt ich bin alt mein leben ist vorbei aber ich bin irgendwie immer noch da so ist das alter ja du bist selbst im alter ist wie der roman ist zu ende und du liest noch das 200 seiten lange nachwort des verfassers zur dritten auflage so ist mein leben es ist irgendwie nicht geil und und das schlimme das schreckliche das wisst ihr kids nicht ihr streamer oh ihr streamer seid ihr warum seid ihr keine dreamer wir waren dreamer ihr seid streamer ihr seid die weichere generation aber ihr habt die jugend ihr schweine ihr schweine die jugend ist verschwendet eine jugend ihr wisst ja nicht wie alt dann ist das schlimme ist du siehst ja schon gar nicht alt aus so fängt es schon an du siehst scheiße aus das ist es du siehst irgendwie meine großen helden aus meiner vergangenheit arnold schwarzenegger silvester stallone sind 70 sehen nicht wie 70 aus sie sehen allerdings scheiße aus das passierte du siehst irgendwie übernächtigt aus so fängt das alter an du siehst irgendwie müde du siehst müde aus die wülste hängen irgendwie so und gehen nicht mehr hoch an den knochen zurück also irgendwie ich weiß gar nicht wie das vorher ging aber die wülste denken fleischwülste lass mal hier hier ist doch geil und so die leute deine freunde fragen hey lang werden wir dich bist du müde nein hier geht es verfolgt wo wollen wir jetzt noch hingehen du siehst unkonzentriert aus das ist das schreck der schreck sie kommen irgendwie hier sie waren anscheinend nie weg sie haben sich einfach in die falsche richtung rein ins gehirn gefräst und sind dann das erklärt auch einige aussetzer dass ich irgendwann dachte techno ist doch gar nicht so schlecht und jetzt sind sie alle hier auf ekelhafteste art im nacken sonst wo du überall haare haben kannst ja ich rasiere sie jeden tag weg am nächsten tag sind sie sofort wieder da diese kranken unheiligen nackenhaare sind stärker als richtige haare genauso habe ich jetzt diese das ist auch so ein alters ding du kriegst diese diese madonna hände wo ich immer dachte hoffentlich kriegt es nie wo so adern sind ja fand ich als junger mensch eklig jetzt finde ich es ganz gut ich meine diese adern sind ja wichtig die durchbluten die hand ist doch okay wenn man das mal sieht ich finde das ist wie so eine affektierte uhr wo du das uhrwerk siehst denkst ach siehst du das ist alles funktioniert diese adern kriegen jetzt noch kleinere adern durchblutet die hand noch besser ich bin mega durchblutet aber niemand will diese vitalität und dabei die ich glaube ich eingangs schon erwähnte mache ich eigentlich auch nichts anderes als junge menschen ich spiele zum beispiel jetzt gleich ein cloud rap also gleich ist relativ aber ich werde ihn ja spielen ich sehe das diese diese rapper ich rappe schon sehr lange übrigens auch also länger als diese jungen charakters von heute und ich finde den modernen rap muss ich sagen gefällt mir nicht so gut offen gestanden weil es ist irgendwie alles dieser doofe gangster rap ich gucke mir das natürlich bei youtube an wir alten sind genauso up to date finde ich nicht so toll also ich finde also ich finde schade dass der rap in deutschland sich so weit von seinen schwäbischen wurzeln entfernt hat früher früher fanta vier es ist die da die da die da oder die da das war noch lebensbejahende fröhliche musik da wurde mensch da wurde noch eine richtige story erzählt mit einem witzigen twist am ende ich will nicht so viel verraten aber warte euch mal das video rein bei youtube oder weiß ich nicht wo auf jeden fall das ist nicht mehr so ja jetzt beim rap sind halt meistens sind es herren die so bärtige und das finde ich das möchte ich auch mal sagen in dieser modernen zeit ja ich komme aus der vergangenheit aber viele sachen wo ihr denkt dass ihr das erfunden habt heutzutage hatten wir in den 80ern auch schon zum beispiel hatten wir in den 80ern auch schon bärtige bärtige sind jetzt keine erfindung von jetzt ich möchte den bärtigen falls sie jetzt zuschauen mal zurufen beruhigt euch endlich über eure fucking bärte bärte sind überhaupt keine neue erfindung von euch das ist warum muss das eine jugendbewegung sein bärtige wir hatten in den 80ern bärtige aber da sind wir nicht gleich durchgedreht da haben wir nicht so ein bohei drum gemacht wenn ein bärtiger kam dann fingen wir nicht an rum zu tänzeln oh gott ein bärtiger jetzt wird ja alles teurer wir sind ruhig geblieben wir haben nicht gleich ein bärtiger was können wir tun etwas süßes für den bärtigen lass ihm mal cranberry pumpkin slices sonst wie hausen muffins was können wir ihm für komplexe kaffee kreationen kredenzen lass ihm was cold breuen wir müssen ihm was pale ailen lass ihm was handcraften das mag er der bärtige nein wir haben ihm eine prinzenrolle hingestellt und das war gut genug für den bärtigen das war eine einfachere zeit und so finde ich auch diese doofen gangster rapper können sich vielleicht auch mal beruhigen über ihren eigenen gangster rap ich finde sie verbreiten und wie eine negative grundstimmung wenn sie da so rumrappen also ich beobachte dass es halt hauptsächlich männer sind wo aber eigentlich nur einer rappt und die anderen stehen so dabei wo ich denke bezahlt er sie würde ich nicht machen also wofür sind irgendwie drängen sie so mit rein und und der eine in der mitte rappt dann so auch eher negativ aber so so ja dann hat das noch gemacht und dann war ich noch da gewesen dann hat noch das gemacht dann bin ich noch da gewesen und ich gucke das und denke das mag ja sein aber man muss ja nun auch nicht alles erzählen was man so erlebt ja und die anderen stehen so und wenn er mal eine pause macht dann macht einer von der seite so ich denke was ist das übersetzt er ist in taub strommensprache ich finde es hinterfragbar und ich finde beim cloud rap wird vieles falsch gemacht ich habe einen cloud rap geschrieben der das so ein bisschen versucht zu korrigieren was die jungen leute in ihrer negativität falsch machen und hier kommt er schon freunde du und ich nach draußen wollen wir nicht draußen ist kalt draußen sind die leute alt drin ist in drin macht mir sinn baby lass uns mal zuhause bleiben lass uns vom nachmittag in den abend treiben lass uns heute mal nicht geschichte schreiben zuhause bleiben uns aneinander reiben unsere körper sind warm und wir sind nicht arm baby lass uns was zusammen bestellen baby lass uns was bestellen zusammen dass wir denn hinterher was zusammen bestellt haben baby baby lass uns lass uns was zusammen bestellen und hier oben bleiben im warmen hellen Baby, lass uns hier mal da mal runterscrollen Und dann lass uns mal entscheiden, was wir uns bestellen wollen Und wenn wir das entschieden haben, lass uns das dann auch bestellen Baby, Baby, lass uns, lass uns was zusammen, was zusammen bestellen Lass uns unser Drinsein durch gebrachtes Essen adeln Lass uns ordentlich was ordern, lass die Fahrradsklaven radeln Wir liegen in den Federn, gleich kommt Essen aufreden Sind wir jung, sind wir alt, Hauptsache, das kommt bald Baby, lass uns die Geräte anfassen und im Bett bleiben und uns was bringen lassen Draußen durch die herbe, derbe Dunkelheit Radeln sie zu uns und es regnet und es schneit Gleich kommt noch was von DHL, der harmlose Loser Draußen sind die Bringer, drinnen sind die Schmuser Sodom und Fedora, draußen Magenta, drinnen Angora Weißt du schon, was du willst? Baby, lass uns was zusammen bestellen Baby, lass uns zusammen was bestellen Baby, lass uns was bestellen zusammen Dass wir dann hinterher was zusammen bestellt haben Baby, Baby, lass uns, lass uns was zusammen bestellen Und hier oben bleiben im warmen Helm Baby, lass uns hier mal dann mal runter scrollen Und dann lass uns mal entscheiden, was wir uns bestellen wollen Und wenn wir dies entschieden haben, lass uns das dann auch bestellen Baby, Baby, lass uns, lass uns was zusammen bestellen Es gibt uns, es gibt die, das vertauscht sich eigentlich nie Hier entsteht ne neue, kommen lassen, Aristokratie Und wenn wir nichts bestellen würden, würd's jemand anders tun Und wenn keiner was bestellt, würde die Wirtschaft ruhen Früher hat der Bauer sein Feld bestellt Aber wir leben in einer veränderten Welt Wir leben im Schlaliferandol auf dem Land Schaffen Aufschwung durch das Zen-mäßige Klick in einer Hand Es klingelt, er ist hier, wir öffnen die Tür Kalt weht es herein, draußen steht das arme Schwein Für ihn muss hier in Deutschland ja gefühlt noch kälter sein Wenigstens fallen beim Radfahren keine Bomben auf ihn Und demnächst studiert er dann ja Medizin Dann können wir ihn ja nochmal als Notarzt bestellen Wegen messenden, eitrigen, wundliche Stellen So schließt sich der Kreis Scheiße, wo ist der Reis? Oh nee, der Hirni hat den Reis vergessen Wie sollen wir denn ohne Reis das essen? Fuck Negativ bewährt Ja, meine lieben Freunde Ihr müsst nicht klatschen, ihr seid zu Hause bei euch Aber vergesst das nie Vergesst das nie Vergesst das nicht, wo ihr seid, wer ihr seid Werdet nicht bescheuert Bloß wegen einem Virus Ich möchte, ich wollte eigentlich keine Also es ist ja eine ernste Geschichte und so Und ich Ich habe das jetzt gar nicht so mitgekriegt mit dem Corona Weil ich die ganze Zeit im Ostland war Wo es zwar auch war, aber wo ich dachte Ich weiß ja nicht, wie das sonst hier ist Und ich hatte dann spontan die Initiative gegründet Berliner gegen Corona Weil ich erst nicht eingesehen habe Das ist jetzt wegen den Einschränkungen Weil ich habe Man hatte ja auch Pläne Und Dann habe ich aber gedacht Ach, weiß ich nicht Da sind so viele Spinner Und ich bin jetzt kein Corona-Leugner Ich bin aber auch kein Fan Ich bin irgendwie Also wenn wir auf der einen Seite haben Wir meinetwegen den schwarzen Tod Die spanische Grippe Und jetzt haben wir hier Weiß ich, vielleicht Du kriegst einen geblasen Oder irgendwie sowas Dann würde ich sagen Corona ist jetzt nicht hier Aber es ist auch nicht hier So sehe ich das, Freunde Das lernst du im Alter Den grauen Mittelweg Den grauen Mittelweg, Freunde Und ich finde Er wird oft nicht beachtet Der graue Mittelweg Und wir haben Spinner Und wir haben vor allen Dingen auch Durch dieses ganze doofe Ding Das hat sich ja schon abgezeichnet irgendwie Vorher immer mehr Nazis in Deutschland Was ich ablehnen muss Ich werde jetzt hier gestreamt Vom Fest der Linken Also vermutlich Erreiche ich jetzt wenig Nazis Die sich ertappt fühlen Vor ihrem Laptop Und denken Ach du Scheiße Na ja Und so Und das ist aber genau der Punkt Ja Also wir haben halt Wir Linken Ja Ich bin Linker Wir Linken haben ja Seit langem So Na ja So Regeln Umgangsregeln Im Umgang mit Nazis Und die wichtigste These Im Umgang mit Nazis Da wird jeder Linke Mir sofort zustimmen Dann könnt ihr ein Like machen Statt zur Stimmung Ich gucke mir das nachher zu Hause an Die wichtigste These Im Umgang mit Nazis ist Mit Nazis Diskutiert man nicht Das ist was du Was früher analog gesagt wurde Was jetzt bei Facebook Wenn irgendwie da war So und so Ja Es hat keinen Sinn Mit Nazis zu diskutieren Mit Nazis Darf man nicht diskutieren Ich habe das auch mein Leben lang so gemacht Also ich habe mich daran immer gehalten Ich erinnere mich an eine Szene Ach Gott Das wird jetzt ein bisschen anekdotenhaft Aber warum nicht Das ist ja die Freiheit des Streamings Da kann man doch so ein bisschen ins Plaudern kommen Man hat ja keinen Korrektiv Ich war ja in die 80er Ja 80er Jahre Reisen wir zurück in die 80er Jahre Und ich war damals New Romantic Ich war New Romantic Das ist jetzt sehr schwer greifbar zu machen Für so ein junges Stream Dass die jetzt schon nicht mehr zuhören Wir hatten damals die Haare Irgendwie auf so eine dramatische Weise Die Haare waren so Dass wir dachten Warum haben wir überhaupt zwei Augen Eins ist sicher Ersatz Und die wild Würr Ja Schwarzen Mantel vom Flohmarkt Der auch seine Herkunft nicht verleugnete Und eine enge schwarze Hose Und komplexe Schuhe Muss ich sagen Schuhe mit Schnallen Aber jetzt nicht wie ihr denkt Dass man mit dieser Schnalle Jetzt irgendwie die Passform des Schuhs Optimieren konnte Nein Diese Schnallen waren komplett Sinnlose Schnallen Die waren einfach an dem Schuh Albern Mag sein Eine Spielerei Kann schon sein Aber nicht so blöd Wie ihr Hörnys jetzt Die ihr flenkt Im Winter Im Winter In Turnschuhen rumrennt Eure blöden Knöchel zeigt Die nicht erotisch sind Nicht für mich zumindest Danke Fürs Angebot Und euch dann erkältet Ihr Hörnys Und dann Vielleicht ist es nur das Corona Ich sag nicht Dass es so ist Könnte sein Weiß ich nicht Grauzone Freunde Auf jeden Fall Hatten wir diese Schnallenschuhe Und ich war da In der U-Bahn Mit meinen dramatischen Haaren Mit dem dramatischen Mantel Und den Schuhen Mit den sinnlosen Schnallen Und mein Gott Vielleicht ein Hauchkajal Eine Idee Eine Idee Wir reden jetzt hier Da hast du manchmal mehr Unter den Fingernägeln Als Das war im Grunde Ein Angebot Und so saß ich dort Leicht angetrunken Hab so meinen Hermann Hesse In der Manteltasche gehabt Hab gerade so ein bisschen Sinniert Ob ich eher Narzisst Oder eher Goldmund bin Und dann kamen Zwölf Skinheads In das U-Bahn-Abteil Habe ich auch nicht Mit denen diskutiert Ich hab mich erinnert An meine Grundsätze Als Linker Und dachte Phil, wann willst du sie anwenden Wenn nicht jetzt Mit Nazis diskutiert man nicht Dann halte ich jetzt auch Im Ernstfall dran Jetzt haben wir Linken Seit vielen, vielen Jahrzehnten Nicht mit den Nazis Diskutiert Und es werden immer mehr Könnte man jetzt Als Hobby Mathematiker sagen John Hopkins Sag ich mal Könnt jetzt ausrechnen Naja Die Nazi-Zahlen steigen Vielleicht ist es Die falsche Strategie Vielleicht sollte Doch jemand mal Mit den Nazis diskutieren Be with me Bleibt kurz Ich weiß Ihr wollt es nicht Ihr wollt es nicht Ich würde das machen Für euch Ich weiß Als Linker will man es Ich will es auch nicht Aber vielleicht Müsste doch jemand Mit den Nazis diskutieren Um mal zu gucken Wie viele Nazis Es überhaupt gibt Wir sind ja doch Sehr in unserer linken Gruppe Die Nazis sind irgendwo Da draußen Wie viel sind es Was machen die Interessiert euch das nicht Ist ja schon irgendwie wichtig Die tauchen dann immer auf Erzählen irgendeinen Reptiloidenquatsch Verschwinden wieder Machen noch was verrücktes Ich würde es doch gern wissen Und irgendjemand sollte Auf jeden Fall Die Nazis Vom Internet Weghalten Internet ist Gar nicht gut für Nazis Für uns lässige Streamer Ich sollte das nicht so oft sagen Aber für uns Ja Hey Wir gehen damit um Wir handeln das Bisschen dies Bisschen das Checkt es Informierst du dich Fact checkst du die Sache Na klar Ja Aber die Nazis In ihrer stumpfen Weise Das Internet Offengestanden Freunde Das Internet Ich meine es ist Samstagabend Und ihr guckt euch das hier an Ihr könnt auch nicht Mit dem Internet umgehen Es ist Das Internet ist für uns Alle nicht gut Man muss sich da ein bisschen Auskennen mit Internet Ein bisschen wissen Wie das erfunden wurde Und vor allen Dingen Von wem Das Internet wurde In den 80er Jahren Natürlich erfunden wieder Und zwar von Nerds Aber nicht von so Coolen Nerds Wie ihr die jetzt kennt Die dann irgendwie Irgendwelche komplexen Sachen essen Und die Mieten teurer machen Sondern von den Original Nerds Von diesen Typen hier Von Von Die waren in eurer Klasse Aber ihr erinnert euch nicht an die Aber sie waren da Die saßen Fünf Jahre neben euch Waren euch verliebt Ihr kennt die nicht Diese Diese Vögel Die 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 Eine völlig andere Welt Hatten Als ihr Ein anderes Leben Ihr Pubertät Die Hormone Ihr habt den Rock'n'Roll Entdeckt Habt euch verliebt Habt dies und das Habt unverliebt Verrückt Träumer Ja Die Waren Liefen so Niemand hat die je Angefasst Ja Höchstens mal Verprügelt Oder so Wenn sie so Ihren Bleistift Im Papierkorb Aufgespitzt haben Dann kamt ihr vielleicht mal vorbei Na heute schon genickt Und ihr Diese Typen Haben das Internet erfunden Aber nicht Für euch Die Hassen euch Die haben es für sich erfunden Für ihre Krankenbedürfnisse Und diese Vögel Die ihr nicht kennt An die ihr euch nicht erinnert Die im Schatten Dahin gewachsen sind Wie Ich weiß nicht Welche Pflanze es macht Die Erdbeere Aber die sind nicht wie Erdbeeren Ich weiß auch gar nicht Ob die Erdbeere das macht Das ist auch kein Naturkundenunterricht Hier Auf jeden Fall Diese Vögel Haben genau Zwei Bedürfnisse Und zwar Wissenserweiterung Und Pornografie Und Surprise Surprise Das sind die einzigen Zwei Sachen Die im Internet Funktionieren Willst du was wissen Internet Keine Frage Das größte Brockhaus der Welt Alles ist da Du kannst Sagen Mensch Mich interessiert Was Was das überhaupt Für eine scheiß Pflanze Ist hier Das würde mich mal Interessieren Dann gehst du zu Wikipedia Guckst dir das an Scheiß Pflanze Dann Noch schnell Ein paar Euro überweisen Für die Mühe Dann siehst du das Dann ein Querverweis Ich liebe Querverweise Dann komme ich zu einer anderen Pflanze Sieh an Die ist wurzelreich Und bla 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 Dann kommst du von den Pflanzen Auf irgendwas anderes Du guckst Du sammelst Wissen Dann denkst du Boah das war ganz schön anstrengend gewesen Jetzt vielleicht erst mal Und das funktioniert ebenfalls Wissen Pornos Mach das im Internet Alles andere funktioniert nicht Was überhaupt nicht funktioniert Sind sogenannte Soziale Netzwerke Weil diese Vögel Überhaupt kein Konzept davon haben Was Sozialleben ist Sie sollen Irgendwas Kreieren Wo sich Freunde treffen Diese Menschen Wissen nicht Was ein Freund ist Die rechnen sich das Irgendwie zurecht Ein Freund Ich bin mein Freund Ich bin mein einziger Freund Ein Freund Muss eine Figur sein Eine Kreatur Die in allem So ist Wie ich Das rechnen sich aus Und so Sind die sozialen Netzwerke Dass nur die Leute sich treffen Die genau Gleich sind Aber so war das In der Menschheitsgeschichte Nie Und so sollen Freundschaften auch nicht sein Die Kinderbücher Früher zeigen das doch Das sind immer verschiedene Da ist der Starke Der Schlaue Der Dicke Das Mädchen Das ist ihre Eigenschaft Immer noch besser Als der Hund Das sind Das sind die fünf Freunde Jetzt Neukinderbücher Das sind dann fünf Dicke Fünf Starke Fünf Mädchen Fünf Hunde Das ist anders Kann man nicht mehr denken Wir haben schon Dieses bekloppte Gleichheitsalgorithmus Ding drin Das ist bei uns Nicht schlimm Weil wir sind gut Wir sind links Wir sind offen Wir sind weltgewandt Und tolerant Und liebevoll Bei uns Sind unsere Gespräche In den sozialen Netzwerken Sind im besten Fall So ein bisschen langweilig Dass wir so schreiben Oh dieser Trump Er regt mich so auf Not my president Und dann jemand Man wow Gut dass du es schreibst Ich dachte Ich wäre der Einzige Der so denkt Haha Falsch geraten Da denkt noch einer so Etwa du Genau Herzchen Liebe Smiley Hey Leute Ich mag ihn auch nicht Und ich auch nicht Wie hässlich er schon aussieht Er hat kleine Hände Er ist ein Arsch Ja Krass Boah Hoffentlich wird er nicht wiedergewählt Oh ja Oh Leute Ich fürchte leider doch Hä Wie bist du denn drauf Mit Nazis diskutiert man nicht And friend Das ist uns schon zu viel Aber das geht ja noch bei uns Könnt ihr euch vorstellen Wie sich Hass auf Hass Schüttet Bei den Nazis Das ist ganz schlecht Die Nazis sollen nicht Auf Facebook sein Die Nazis sollen nicht Bei YouTube sein Da füllen sie ihren Kopf Nur mit noch mehr Mist Ich habe deswegen Einen Song geschrieben Einen gewagten Song Das weiß ich In der linken Szene Wo ich dann doch Den Nazis ein Gespräch anbiete Einfach damit sie da rauskommen Der Song heißt Nazi Schweine Lasst mich nicht alleine Hört einfach mal hin Ich mache das für euch Für uns alle Für uns alle Weil guckt mal Ich sage das nicht gern Aber wir Linken In einem Punkt Haben die Nazis Vielleicht so ein kleines bisschen Recht Dass wir Linken In den letzten Jahrzehnten Ohne es zu wollen Irgendwie doch so eine Art Elite oder so ein Scheiß geworden sind Einfach weil wir besser ausgebildet sind Verdienen wir mehr Geld Wir haben das nicht geplant Wir haben irgendwie Ach keine Ahnung Ich habe keinen Bock auf irgendwas Schreibe ich mich für Lehramtsstudium ein Und dann so Haben wir jemals Wollten wir reich werden Nie Ey Das ist irgendwie geil Jetzt bin ich auf einmal fertig geworden Naja Dann arbeite ich das auch So viel verdiene ich Und dann Zack Hast du diese Eigentumswohnung Das ganze Gedöns Aber das ist ja nicht unsere Schuld Bloß weil die Nazis Zu blöd sind Und dann da Irgendwie so Am Imbiss stehen Der zeigt schon 75 Lotto-Schein Ausgefüllt Und immer noch nicht gewonnen Scheiß Ausländer Weil sie einfach Zu blöd sind Und Ich möchte aber nicht Also ich weiß ja nicht Freunde Liebe Streamer Seid ehrlich Wie viele von euch Sind Handwerker Wie viele von meinen Fans Oder Fans der Linken Sind Und ich meine jetzt Ist ja mal eine Arbeiterpartei gewesen Aber wie viele Ich meine nicht Hebammen Hebammen 10 nicht Sondern Wie viele von euch Sind Leute Die mit ihren Händen Was bauen Die ein Haus Bauen können Ich will nicht Dass das alles Nazis werden Ich will Dass die Leute Die für uns arbeiten Vielleicht wertkonservativ Von mir aus sind Aber bitte keine Nazis Ich will nicht später Sagen müssen In der neuen Normalität Oh der Wagen Macht so komische Geräusche Ich fahre ihn mal Zum Nazi Und meine Freunde Ja dann bringen doch Vom Nazi Noch ein paar Brötchen mit Ich gehe mal zum Nazi Ich brauche Einen neuen Haarschnitt Das möchte ich nicht Darum dieser Song Wisst ihr Die Nazis sind genauso Alleine wie wir Ein Riss Geht durch unser Land Habt ihr das schon erkannt Auf der einen Seite Verstehen wovon der jeweils andere spricht Und sind doch Nachbarn Und wohnen doch Tür an Tür Können wir uns nicht irgendwie zusammenraufen Ich tu da gern was für Wir sind die Gutmenschen Ihr seid die Herrenrasse Das klingt doch irgendwie beides klasse Müssen wir Feinde sein Ich sage nein Nazi-Schweine Lasst mich nicht alleine In dieser komplexen Welt Ich brauch doch jetzt nicht nur Freunde mit Abitur Mit Bildung Toleranz Und Geld Ich brauch auch ein paar Echte Rechte Bezechte Knechte Voller Neid Und Hass Total breit Und krass So exemplarische Arische So proletarische Unverstellte Geprellte Von oben Bös Gekämpt Schwellte Frierende Verlierende Durch Kleinstädte Marschierende Vor sich hin Stierende Lallende Vom Baugerüst Fallende Mit Polenböllern Knallende Fluchende Gerechtigkeitssuchende Ja Fleischessende Von denen da oben Vergessene Vom Leben Hartgefickte Komplett Ausgetickte Hochgradig Frustrierte Gesichtstätowierte Und das ist ja praktisch Jeder Vierte Nazi-Säue Ich erwart keine Schleue Oder Empathie Oder so'n Scheiß Wenn ich Bock Auf diese Eigenschaften hab Die hab ich ja schon In meinem eigenen Freundeskreis Wisst ihr Alle meine Freunde Sind gut Alle haben Mut Alle haben Recht Keiner ist schlecht Keiner ist fies Keiner ist mies Keiner ist gemein Und keiner denkt klein Wir tolerieren Keine Intoleranz Wir bestätigen uns Gegenseitig Voll und ganz Bei uns läuft eigentlich Alles wie am Schnürchen Das wird nur langsam So'n bisschen Ein Monokultürchen Wenn Jeder gut ist Ist gut normal Denn Ist keiner mehr gut Und das wäre fatal Um gute Musik zu schätzen Brauchst du auch manchmal Dieter Bohlen Und So'ne Art Kontrast Würde ich mir gerne Von euch holen Wenn das in Ordnung ist Nazi-Säcke Wenn ich das richtig Checke Plant ihr gerade Die Regierung Zu übernehmen Wie wollt ihr das machen Wenn ich mal fragen darf Mit Internet Mit Internet Hab ich mir gedacht Seht ihr Da seh ich bei euch Ein Problem Internet ist nicht gut für euch Macht euch zu aggressiv Bleibt mal lieber analog Da geht nicht so viel schief Ihr könnt die ganzen News Doch gar nicht unterscheiden Und am Ende Da werdet ihr ja selber leiden Ihr füllt eure Herzen Mit lauter Mist Wusstet ihr eigentlich Dass online Ein Anagramm Für Lonely ist Wisst ihr was Ein Anagramm Sorry Hass erfüllt Schimpft ihr über Greta und Migranten Geht mal lieber in die Kneipe Und trefft euch Mit guten Bekannten Seid ihr immer noch Bei Facebook Das kann doch nicht sein Habt ihr diese Phase Noch nicht überwunden Wie kann man als Nazi Bei Facebook sein Ey Facebook Wurde von einem Juden erfunden Und YouTube Habt ihr euch nie gefragt Wofür das Ju steht Was seid ihr für Kindergartenverschwörungstheoretiker Wenn ihr das nicht seht Nazi-Fotzen Statt ins Netz zu glotzen Und über die vermeintlich Schlechte Welt abzukotzen Geht mal lieber in die Kneipe Da gehört ihr hin Und wundert euch nicht Falls ich nicht da bin Ich trink in einer anderen Kneipe Mein Bier Ich bin ja kein Nazi Aber ihr Danke sehr Ich bin ja schon Danke sehr Wofür Ich bin schon Fast Noch nicht am Ende Noch nicht am Ende Ich Na dann Warum nicht noch Ein giftiges Lied Gegen die blöden E-Roller Die E-Roller Haben ja Habe ich mitgekriegt Ihr seht es Diese fucking E-Roller Und ich Als älterer Mensch Ich versuche Neue Sachen gut zu finden Aber ich konnte An den E-Rollern Nichts Tolles finden Ich weiß sie heißen E-Scooter Ich möchte aber E-Roller sagen Weil ich finde Es ist ein Roller Dieses Reiter heißt jetzt Twigs Und Tonschuhe Heißen Sneakers Wenn es aussieht Wie ein Roller Ist ein fucking Roller Und ich finde die E-Roller Nicht fair Den Kindern gegenüber Weil die Kinder Die mit ihren Originalen Rollern Jetzt ehrlich rollern Was viel Street mäßiger ist Wirken jetzt Wie Behinderte Wie Idioten Die sich so nachspielen So Äh Äh Und man denkt Geh doch Mach es doch zu Hause Spiel doch zu Hause Als würden sie so Tatütata Hier kommt die Feuerwehr Dabei ist das Das echte Rollern Und das Dieses bescheuerte Rollern Was natürlich die Bärtigen sofort Aufgegriffen haben Am ersten Tag Des E-Rollers Sofort Die Bärtigen Mit den Dingern Als wäre es nie anders Gewesen So You complete me Wohin Meister Diese Jedenfalls Habe ich einen Kritischen Song Über diese E-Roller Craze geschrieben Ich weiß nicht Ich hoffe In der neuen Normalität Gibt es die E-Roller nicht Ich vermute aber Wenn es sie nicht mehr gibt Dann werden sie durch Was noch schlechteres Ersetzt Der E-Bart Oder so Irgendwas Ich will mal Dieses noch sagen E-Roller E-Book E-Sonst was Alle Sachen Die ohne E funktionieren Wenn wir das jetzt Mit E machen So schaffen wir natürlich Keine gute neue Klimaneutrale Zukunft Freunde Ich werde es nicht mehr erleben Um Frau Merkel zu zitieren Aber Aber Das nervt mich irgendwie auch Egal Hier Freunde E-Roller Die Leute sagen Du seist die Ebola Der Industrienationen Die Leute Springen vor Frust Über dich Von ihren Balkonen Die Leute sagen Nein Die Leute reichen Klage Nein Die Leute sagen Nee Die Leute werfen Dich in die Spree E-Roller Gefühlt hast du Das Abendland In der Hand Die Welt wird Nie mehr so sein Wie sie war Aber ist es Auch Denn du bist Nun da Aber Jetzt kommt es Ist es auch Wirklich wahr Es gibt dich In grün Und in rot Die grünen Sind zum fahren Die roten Sind zum stehen Aber irgendwie Sieht man ja In letzter Zeit Auch ganz schön Viel grüner Rumstehen E-Roller E-Roller Du bist Du bist der Bubble Tea Der Straße Du bist das Moorhuhn Du bist der Twist Du bist das Tamagotchi Nie weißt du Was du bist Du bist die Marmor-Washed-Jeans Aus der Vorwendezeit Irgendwann Gibt's dich nicht mehr Und dann Tut's allen leid Du bist ja Jetzt schon Gefühlte Vergangenheit Ein Relikt Aus der Guten alten E-Roller-Zeit E-Roller Du bist das Arschgeweih Der Innenstadt Du bist die Ice Bucket Challenge Siehste Muss ich noch machen Du bist ein Superfood Man kriegt dich Schnell satt Du bist der Mittelstrahl-Urin Das verstehen jetzt Nur Leute aus meiner Generation Du bist der Mittelstrahl-Urin Seid froh Wenn ihr nicht Dazu gehört Du bist der Mittelstrahl- Es war nicht alles gut Du bist der Mittelstrahl- Vor allem Mittelstrahl-Urin Wann kommt der Wie willst du das abschätzen Jeder kennt sich doch nicht so gut Ist das jetzt die Mitte Ich will's nicht falsch machen Dann wirkt's nicht Du bist der Mittelstrahl- Wir wollen's nicht zu lange machen Du bist der Mittelstrahl-Urin Den man nur Zwei Wochen trinkt Weil sich rauskristallisiert Dass es doch Nicht so viel bringt E-Roller Du bist das Monschi-Schi Du bist die Diddelmaus Gegen dich Sieht ein Segway Männlich aus Du hieltest dich Für einen Gewinner Aber du warst nur Ein Fidget-Spinner E-Roller Du bist doof Du verwandelst meinen schönen Bürgersteig In einen E-Roller-Friedhof Du fahrbare Nespresso-Kapsel Wer dich nimmt Fühlt sich schlecht Und zu Recht Tja meine Freunde Wir sind am Ende Angekommen Meiner kleinen Performance Ich werde noch einen kleinen Cloud-Rap Einen kurzen Cloud-Rap Einen sehr kurzen Cloud-Rap Weil ich finde Über diese Gangster Die eine negative Grundstimmung Vermitteln Ich finde das nicht in Ordnung Und dieser Song heißt Du verbreitest eine negative Grundstimmung Für alle Gangster-Rapper da draußen Die eine negative Grundstimmung Verbreiten Du sagst nicht bitte Du sagst nicht danke Du zeigst wenig Mitgefühl Für psychisch Kranke Dein Wortschatz Ist eigentlich gar kein Schatz Eher ein Mindestlohn Du Wenn mal du anfängst Mit einem Satz Hat man die Pointe schon Dein Humor ist zynisch Ich kann nicht drüber lachen Du zeigst wenig Mitgefühl Mit Schwachen Und Du verbreitest eine negative Grundstimmung Wenn du breitbeinig schreitest Negative Grundstimmung Wenn du mit anderen streitest Negative Grundstimmung Deinen Horizont nicht erweiterst Negative Grundstimmung Wenn du deine Freunde Nicht zum Frauenarzt begleitest Und auf überkommenen Paternalistischen Prinzipien reitest Dann verbreitest Du eine negative Grundstimmung Du fragst, ob ich ein Problem hab Die Antwort ist ja Aber dass du mir dabei nicht helfen wirst Ist auch klar Warum fragst du dann so blöd? Du kannst nicht verhehlen Dass du Pornografie konsumierst Pass mal auf Dass du dann nicht den Respekt Vor Frauen verlierst Du möchtest meiner Mutter Sexway beiwohnen Ey, ich wünsch mir von dir einfach mal mehr Ambitionen Mal setz dir doch mal höhere Ziele Meine Mutter ist okay Aber gibt auch jüngere Frauen, wo ich ne Chance für dich seh Natürlich nur, wenn du nicht immer so maulst Und mit deiner negativen Grundstimmung Alle vergrault dich findest Du verbreitest eine negative Grundstimmung Wenn du breitbeinig streitest Negative Grundstimmung Wenn du mit anderen streitest Negative Grundstimmung Wenn du deine Freunde nicht zum Frauenarzt begleitest Die Frau ist über 80 Jahre Deine Musik ist nicht gut für Pflanzen Und so richtig ausgelassen Kann man auch nicht dazu tanzen Du verbreitest deine negative Grundstimmung Meine lieben Freunde Ein jeder Stream Muss auch ein Ende haben Ein jeder Stream Nährt sich sein Ende Nährt sich sein Ende Wir sind noch nicht an dem Ende Warum reden wir da über das Ende? Also ich habe viel über das Ende nachgedacht Durch auch Corona Weil ich denke, der ist scheiß tot Der ist tot Und ich auch Denn diese Risikogruppe Nicht bin Aber sein könnte Und sterben Oder? Aber Aber so ist es halt Also es ist jetzt eigentlich nichts Neues Und Ich finde es auch so ein bisschen erbärmlich Wie alle am Leben klebt Das wollte ich euch noch sagen Ihr Feiglinge Was soll denn Was ist denn an deinem Leben so geil? Also Beziehungsweise Let me rephrase Ist es nicht so Müssen wir nicht alle sterben Also ich freue mich auf den Tod Das ist mal was anderes Und Ja, also ich hatte auf jeden Fall Sehr viel Freude Oder sagen wir so Freude ist jetzt vielleicht Ich Für mich haben Worte immer so eine tiefe Bedeutung Also vielleicht Freude ist jetzt vielleicht das falsche Wort Aber Ich habe es gemacht Mein erstes Stream Und Die ihr da noch immer an den Endgeräten hockt Meine lieben Freunde Wild links Und Ich hoffe das habt ihr gelernt heute Abend Passt auf euch auf Hände waschen Und Wir sehen uns beim nächsten Stream Oder bei einer noch erbärmlicheren Form Des Entertainings Ich freue mich drauf Nun aber wieder Rosemarie und Ja Hör da auf Ich kenne euch halt als Bernd und Ralf Ich komme mit der neuen Normalität nicht klar Lieber Phil Ich muss dir sagen Das war wirklich eine super Performance Ich habe nicht zugehört ehrlich gesagt Aber ich habe es gespürt Im Backstage Wir wollten klatschen Aber das wurde uns verboten 35 Grad Wunderbar Du hast auch gerade selber erzählt Das war dein erstes Corona-Livestream-Erlebnis Wie war das Aber was Erlebnis würde ich nicht mal sagen Was war jetzt so an, dass du deinen Auftritten sonst Ich meine kein Publikum In der ersten halben Stunde habe ich mich um Kopf und Kragen geredet Und dann war es irgendwie egal Ich könnte jetzt ewig so weit machen Ich könnte in der U-Bahn wie ein Verrückter weiter mit mir selber reden Oder wie Marvin der Roboter gesagt hat Die ersten 30 Millionen Jahre waren die Schlimmsten So war es Ich meine wir kennen das so ein bisschen Die ersten zwei Minuten sind die Hölle Und dann reden wir einfach weiter Genau und dann kann man sich auch nicht mehr erinnern Das ist ja auch dann so eine Gunst Ich muss eine Sache richtig stellen Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer Unter Zwischenwesenheiten Ich habe zu Beginn behauptet Wir würden von der Bundestagsfraktion der Linken Fürstlich saliert Das stimmt gar nicht Du weißt es Es ist falsch Es ist nämlich die Rosenburg-Stiftung Also insofern nochmal ein herzliches Dankeschön An diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Für verrückentragende ältere Herren aus Berlin Und Phil Und Phil Der trägt ja gar keine Perücke Ist das dein Requisit? Ja, ich wollte noch den Marie-Antoinette-Rap singen Weil ich kann es kurz sagen Es ist ekelhaft allerdings Ich könnte mir eine neue kaufen, ich weiß Nee, muss aber nicht Also die hat gelebt Ist auch schön so, ja Das sieht wunderbar aus Auch ich bin für einen Spaß zu haben, visueller Art Aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen Weil es dann doch schnell vorbei war Aber not in a good way Also mehr so das Ufer erreicht sozusagen Ja, genau Ich wollte trotzdem noch anderthalb Fragen an dich richten Ehrlich gesagt Ich kann mich nicht so sehr erinnern, was ich vorhatte Aber eine Sache, die mir aufgefallen ist Bei meiner mehrminütigen Recherche in diesem Internet Tatsächlich, du trittst ja nun auch so ein bisschen Mit so einem Berliner Ding auf Du bist ja auch berühmt zum Beispiel für die Diddy und Stulle Comics Die von 97 bis 2015 In dem leider nun verstorbenen City-Magazin erschienen sind Zum Beispiel Und du hast zwei autobiografische Romane geschrieben Und zwar Pullern im Stehen Und Mitarbeiter des Mondnach So war es doch nicht Mega gut Aber du tust halt auch so dann Also vor Corona Vor Publikum eigentlich auch eher Aber eben auch in München zum Beispiel Da würde mich mal interessieren Und sieht das dann ungefähr so Corona-mäßig aus Also sitzt du dann in einem Wohnzimmer in Schwabing Und es sind genau diese beiden Personen da Die sich nicht trauen zu klatschen Oder anders gefragt Ist das Frontbetreuung für Exil-Berlinerinnen Oder ist das so, als würde Florian Silbereisen im Esso auftreten Und nur umgekehrt Weder noch Also absurderweise ist München Einer meiner Lieblingsauftritte Ja, aber natürlich Das ist Schwabing Schwabing ist ja nicht direkt München Achso, das ist wie Ja, irgendwie so als ob du so ein Kreuzberg hast Das wie Lichtenhagen ist ja auch nicht Rostock Nein So not Ja, genau Und ich bin da im Vereinsheim Die Leute sind betrunken Wenn es losgeht Die trinken, freuen sich, lachen sich kaputt Ich habe aus meinem autobiografischen Roman Über meinen Selbstmordversuch Und Penisverstümmelungen gelesen Ernste Szenen Und die Leute haben am Boden gelegen vor Lachen Und ich dachte Es ist ja auch komisch Weil es ging ja nochmal gut Und die Leute sind fröhlich Also die sind Sie haben dich auch verstanden So, ja Also von Ich glaube, darum ging es gar nicht Die haben einfach Spaß gehabt Sie haben dich einfach angesehen Und Ich will dich jetzt nicht entmutigen Aber es gibt auch sowas wie einen Berlin-Bonus Wenn man in der Provinz auftritt Ich habe mal selber mal eine Bäder-Tournee gemacht Mit so einem Travestiestück Von einem Hetero ersonnen Schlimmer ist es kaum vorstellbar Ehrlich gesagt Ich war Johanna von Orléans Und da war der Saal voll Ja, so denken wir Ach so Oh Gott Das ist diese alte Arroganz Die wir uns gar nicht mehr leisten können In Corona-Zeiten Nein, überhaupt nicht Meine sehr verehrten Damen und Herren Wir haben ja auch mal in Berlin Für den Karnevalsverein Irgendwie eine Show gemacht Aber das ist ein anderes Wir reden ja über Phil In diesem Augenblick Doch, doch Du warst die letzten drei Monate auf Gomera Ja Und hast unter Hippies gelebt In einer Kommune Irgendwie so Bist nochmal Vater geworden Genau Und dann hat es dich aber zurückgezogen Nach Berlin, weil Weil du nochmal Vater geworden bist Eigentlich genau wegen diesem Event Weil das war schon vorher gebucht Denkst du Ja, das kennen wir Das war schon Ich musste den Vertrag erfüllen Deswegen kam ich zurück Ja, natürlich Also das wissen wir auch Der Schornstein muss qualmen Die Hippies auf Flagomera übrigens Die überlegen nicht, ob Bill Gates uns zwangsimpfen lassen will Sondern sind sicher, dass so ist Ja Oh ja Warum auch nicht Warum auch nicht Kann ja sein Also da würde ich vorschlagen Da machen wir auch mal zusammen Ein abendfüllendes Programm zum Thema Verschwörungstheorie sozusagen Da hätte ich auch einiges zu zu sagen Irgendwie, ne Der Attila und der Ken und die alle Und die Eva Herrmann Der singt ja darüber auch Ja, das ist alles wirklich sehr berührend Sehr schön Achso, da fällt mir gerade die Frage ein Hast du irgendwie eine Vorstellung, wie sich jetzt Sagen wir mal, es gibt mal ein Nach-Corona Wird das unsere Gesellschaft nachhaltig verändert haben? Gute, große Frage Ich fürchte ja Also Obwohl Ihr wahrscheinlich auch Und ich Wir sind ja noch irgendwie die Alten Also man fühlt sich wie ein alter Mensch Der in eine neue Welt hineintreten muss Und die Also wir haben ja Also ich zum Beispiel Hab ja auch die Aids-Krise erlebt Und mir ist so Corona als erstes immer im Kopf rumgeschult Gott sei Dank sind wir diesmal nicht schuld Steh dir vor Aids Steh dir vor Aids wäre jetzt Dann würdest du sagen Oh scheiße, wäre das beschissen Hab bitte keinen Sex Hast du Sex? Das ist aber total unverantwortlich Unverantwortlich Was fickt dir rum? Das kann ich glauben Dass Leute noch einträgern Darum trinken Isla mal Kondome über den Kopf Wenn sie einkaufen geht Das ist ein bisschen peinlich Aber sie schwitzt auch viel Sie würden so zeigen und alle so brav Richtig gut Also hey, ich würde sagen Wir sind heute auch am Ende Unseres glorreichen Interviews Ich würde Wäre jetzt hier Publikum Würde ich nochmal sagen Einen krachenden Applaus Für den wunderbaren, einzigartigen Den lustigen Lustigsten Menschen des Universums Wie die Ärzte sagen Völlig zu Recht Meine Damen und Herren Phil Phil Na gut Und auch euch einen herzlichen Dank Ja, also Wir machen das ja für einen guten Zweck Für Geld Für Geld Hast du auch geschrieben Bei diesem Facebook oder so Ja, toll Nun gut Aber es geht in der Presse Du hättest Internet-Abstinenz Das stimmt gar nicht Du bist bei Facebook Du twitterst Ich bin immer im Internet Ich bin total besessen Wunderbar Ihr Lieben Phil Wir machen einen kurzen Cut Oder jetzt In der Livestream Welt Wir machen einfach weiter Wir machen einfach weiter Wir machen weiter schon Also geh jetzt weg Geh weg, genau Dann gibts deinen Knall Ja Ich würde dich nachher noch Für ein Autogramm Auf eine weiße Unterhose bitten Für meinen Freund Ralf Mikus Der dein größter Fan ist Du trägst gar keine weiße Unterhose Die war weiß heute Morgen Achso Mal gut So Ihr Lieben Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal